das auf seite stellen den lachs schon ein bisschen auf seite schieben und den die schränke schon darüber ich weiß nicht was das sind jeweils zwei einzelne ja alles klar das ist auch noch mal extra kilos weiß ich doch nicht langsam 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 so hallo hallo hat der den gopro auf dem kopf auf uns läuft leute ja was kann ich für dich tun wir sind fleißig ja wir haben schon angefangen ich hab heute podcast oder auch ja jetzt läuft die kamera und ich weiß wieder nicht was ich sagen jetzt konnte ja was steht heute denn alles an ungefähr podcast podcast wir müssen über das 9999 euro bei kremen auf jeden fall glaube wir sind also deutlich über die 600 die wir da eigentlich gesagt hatten ansonsten ich weiß noch gar nicht wo mir kopf steht kaffee machen und hinten ganz viel umräumen ja das tut ja hallo hallo zwei linke hände ich kann ja schrauben die noch nicht zusammen wir stellen die einfach noch das ist egal dass er nicht richtig steht wir müssen also junge was ist das denn was soll ich damit mache seite was willst du mir das geben ich packe unten an ok das heißt ich lasse es zuerst ab ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich wollte den anderen schrank Ist das Schokolade? Lass den kurz anheben und dann dahin heben. Hier haben wir noch einen Stellplatz. Was? Ist das schön? Ist auf jeden Fall neuer alles. Was hat die Streben? Zwischenstand. Gang, gang gang. Rock der Pflanzen. Rock der Pflanzen, Alter. Rock der grüner Daumen. Du musst jetzt ganz wichtig auch noch den Dings verzeichnen. Wir müssen die krassen Pflanzen hätte machen. So mit Bienentür zwischen, Alter. Hast du nen Schlüssel? Hast du nen Schlüssel? Nein. Gar nicht. Let's roll. Okay. Es kann auch sein, dass es schon unkau wird. Lieber. Wir sehen uns morgen früh, ne? Okay. Wir müssen aber ein bisschen hier klar Schiff machen. Das können wir nicht die ganze Zeit so stehen lassen. Junge, der Max muss arbeiten. Der Max wird dich umbringen. Den darf ich dir jetzt schon. Das Gesamtbild. Genau das ist das. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich schlag dich nicht. Nein, ich wollte nur das Gesamtbild so filmen. Das ist zwar genau das, was ich immer wollte. Aber jetzt rafeln. Ungefähr so. Ja, so. Ja, so. Wir sollten ja auch mal gucken, dass wir die so stehen, dass die großen Blätter vielleicht da vorne oder hinten war. Keine Ahnung. Ich schiefe das jetzt einfach mal. Ich schiefe das mal. Ich schiefe das mal. Wie schön aus? Das hat ganz normales Feeling. Das ist ein Dschummell. Ein Dschummell einfach auf dem Marokka Dschummell. Und so schöne Pflanzen, Leiter, sind die. Das sind echte. Das sind echte. Das sind echte. Das sind echte. Ja, das sind echte. Jetzt habe ich die Hose, das steckt in die Ecke, in die Zimmer oben und habe ich zwei Halterungen für Regips. Muss man das halten, dann liegt das Ganze genau aus. Ja gut, wir sollen nicht so schnell wachsen, wir haben lange Zeit. Das ist ganz anders. Hier kommt noch ein kleiner Tisch hin und hier kommen noch überall so alte Blechschilder hin. Ja, das sind die Fläche. Überall so ein bisschen dekorieren. Schön. Du musst das sehen, wir brauchen deine Reaktion dazu kurz. Ich wünsche dir die ganze Zeit mal aufnehmen, wir brauchen hier gar nichts Stageln. Wir sind nicht wirklich auf der Stage. Wir wollen deine Reaktion. Bleib nicht so sehr bewegen, sonst können wir die Kamera nicht. Und du geh auch zur Kamera daraus. Ja, das ist geil. Es sah stark aus. Ohne jetzt irgendwas noch einzustellen. Ja. Hat würde ich sagen Potenzial, oder? Wo ist sie dann wahrscheinlich? Hahaha. Ja. 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 Ja.